ja in den letzten videos ging es um sexuellen missbrauch in klöstern was kann man tun damit es nicht dazu kommt und wenn es dazu kommt wer übernimmt die verantwortung und letztlich konnte ich nicht viel dazu sagen außer dass es ein schwieriges problem ist wir kennen es aus den kirchen das ist in deutschland glaube ich vor allem die katholische kirche aber auch in der evangelischen kirche nicht ganz unbekannt und im buddhismus gibt es das auch und im buddhismus ja haben wir das ja vielleicht problem dass die autorität des meisters des lehrers sehr groß ist wird oft gesagt dem schüler wird oft gesagt du musst dein zollstock loslassen hör auf da oben über richtig und falsch nachzudenken vergiss das dualistische denken und folge dem meister nur so kannst du letztlich von deinem ich loslassen und die frage ist dann natürlich was wird aus dem ethischen subjekt was passiert wenn der meister nicht so unfehlbar ist wie man sich vorstellt und nicht nur unfehlbar im alltäglichen sinn dass der auch mal ein bierchen zu viel trinkt und dass der auch nicht immer mit wachen augen im vollen lotus sitzt sondern dass der auch manchmal nicht einschläft wenn wir sind oder dass dem die beine wehtun davon sprechen wir nicht sondern beispiel ja sexueller missbrauch wenn du meine schülerin werden willst oder mein schüler dann gehe erst mal mit mir ins bett und wenn du jetzt nein sagst dann klingt das für mich so als wärst du noch dein westlich christlich dualistischen moralvorstellungen verhaftet du hast dich noch nicht befreit von diesem altmodischen moral korsett das uns im westen von der christlichen kirche ins bett gelegt wurde in die krippe gelegt wurde lass los davon und loslassen bedeutet du gehst mit mir ins bett wenn man so einem meister begegnet und man hat ja auch in den büchern gelesen ja es geht ums loslassen und unser feind ist sozusagen das dialektische dualistische unterscheidende denken woher kommt dann die kraft nein zu sagen besonders wenn man sich dann vom meister und vielleicht sogar vom rest der sangha vorwerfen lassen muss du hast ja dein ego noch nicht losgelassen das ist ja das ego das da mit seinen widerständen ankommt ich meine im buddhismus gibt es dafür die gebote die regeln die aber besonders im japanischen sen sehr aufgeweicht worden sind und eine gewisse weichheit im umgang mit den regeln ist ja an sich nichts schlechtes aber es kann auch zur ethischen beliebigkeit führen insofern ja das problem ist vielleicht nicht nur ein katholisches christliches problem sondern vielleicht hat buddhismus ebenfalls oder besonders besonders der buddhismus dieses problem weil es ja immer heißt ego loslassen 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 es gibt kein richtig es gibt kein falsch es gibt immer nur die präsenz im hier und jetzt und wenn das hier und jetzt das bett des meisters ist dann wirft dich hinein lass körper und geist fahren und wirft dich hinein ins bett des meisters und dann wirst du vom meister getragen ohne eigene kraftanstrengung selbst zum buddha werden um die worte dogens im schosi kapitel leben und tod ein bisschen zu wie sagt man persiflian weiß nicht ob das ein deutsches wort ist persiflage ne dogen hat sowas natürlich nie gesagt obwohl es aber zum teil auch im internet alle möglichen interessanten studien gibt auch zur sexualität vor jahrhunderten in japanischen klöstern auch zu zeigen dogens wie es dabei drogen war zwischen ihm und seinen schülern weiß keiner aber schon zu der zeit gab es auch das problem oder ob es ein problem war damals weiß man nicht aber sexualität gab es auch damals schon in buddhistischen klöstern in asien das war dann hauptsächlich homosexuelle sexualität und ob es jeweils dann auch auf gegenseitigem einverständnis beruhte oder ob das auch als eine form verstanden wurde von seinem ego loszulassen das ist heute schwer zu entscheiden und ja von hier wurde dann der bogen gespannt zum faschismus sen und faschismus der fragesteller spricht von einem teilweise verschwiegenden thema von dem die jüngeren heute sen begeisterten und praktizierenden nichts wissen oder nicht mehr hören wollen vielleicht dazu habe ich mich vor allem in englischer sprache mehrmals geäußert und zwar in ja streitgespräch ist wahrscheinlich zu viel gesagt aber videos in denen ich auf dinge reagiere die ein amerikanischer sen mönch mit dem namen brian victoria sagt der hat vor ich glaube inzwischen 25 jahren zunächst in englischer sprache ein buch geschrieben sen and war sen und krieg das gibt es auch in deutsch ich glaube genau unter diesem titel wurde auch ins japanische übersetzt ne und da wird eben genau das behauptet dass über jahrzehnte hinweg das engagement von buddhistischen mönchen inklusive sen mönchen im krieg und für den krieg unter den teppich gekehrt wurde tot geschwiegen wurde wie kommt das dass keiner darüber spricht dass sich keiner dafür interessiert und in einer späteren mail verlinkt der fragesteller auch noch eine homepage des ehepaars trimondi die ähnliche dinge wie der brian victoria problematisieren ich lese das hier auch noch mal kurz vor lieber muho nun habe ich doch noch eine internetquelle gefunden die sich in anführungszeichen kritisch auch mit dem verhältnis von zen buddhismus und nationalismus auseinandersetzt und den link findet ihr hier drunter das ist die trimondi homepage ich bin mir sehr unsicher wie geschichtskritisch und realitätsnah diese erläuterung und kritiken sind gerade eugen herriegel und karl friedgraf durkheim sind ja in deutschland nach dem kriege dekoriert und verehrt worden wahrscheinlich kannst du diesen zwiespalt besser verstehen als ich für mich waren diese bücher damals in meiner jugendzeit unter anderem ein möglicher zugang zum zen buddhismus heute sehe ich diese historische zen literatur auch ein wenig kritischer ordne sie aber der entwicklung und reifung der personen oder autoren zu inwieweit dies der realität und authentizität der autoren entspricht mag ich nicht beurteilen da ich sie nicht kennengelernt hatte schwierig erscheinen mir diese lebensgeschichten der autoren und wahrnehmungen und beurteilungen durch andere personen schon zu sein ich denke dabei mehr an deine worte in den videos zu den anfragen zur suche nach dem in franken anführungszeichen richtigen meister und ich kann es auch verstehen dass ein meister sich die schüler auswählt danke für deine videos zu diesem thema wie gesagt ich habe gesagt es ist ein weiter bogen vom sexuellen missbrauch zur faschistischen vergangenheit und nationalismus aber es gibt schon ein zusammenhang und einer zusammenhang ist das loslassen vom ego die verneinung des dualistischen denkens wodurch einer ethischen beliebigkeit die tür geöffnet wird im fukansa zengi wird ja der sechste patriarch auch kritisiert nicht kritisiert sondern zitiert zitiert mit den worten denke weder gut noch schlecht schlecht denke ja weder gutes noch schlechtes könnte man sagen oder denke nicht in kategorien von gut und schlecht könnte man auch sagen und im sen würde man wahrscheinlich sagen beides richtig aber wenn man die kategorien von gut und schlecht loslässt und auch bei den geboten eher flexibel ist was wird aus dem moralischen kompass sowohl im bett als auch in kriegszeiten und bei dieser diskussion die ja auch ja wichtig ist obwohl für mein gefühl vielleicht nicht ganz so wichtig wie sex